Ich gratuliere der GWT zum Umzug in ihre neuen Räumlichkeiten. Die TU Dresden steht ja nicht nur für Exzellenz in Forschung und Lehre. Wir stehen auch für den Transfer von Wissen in die Industrie und in die Gesellschaft. Von allen neuen technischen Universitäten in Deutschland kommen ein Drittel aller Patente von der TU Dresden. Und das ist nicht nur die TU Dresden allein, das ist die Zusammenarbeit mit unseren vielen Forschungs- und Entwicklungspartnern. Und unter diesen Partnern ist die GWT eine ganz besondere Firma als Teil der TU Dresden Aktiengesellschaft Gruppe und als einer unserer strategischen Partner für Kooperationen. Zusammen mit der GWT entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der TU Dresden neue Produkte, neue Informationen, um die so schnell wie möglich in den Markt zu bringen. Die GWT hilft uns dabei, auch Industriepartner, Auftraggeber zu finden. Und auf der anderen Seite kommt dann die TU Dresden wieder auf die GWT zu, wenn es darum geht, diese Ergebnisse zu vermarkten. Die GWT wird nicht von der Universität in irgendeiner Form subventioniert. Ganz im Gegenteil, das System geht erfreulicherweise in die andere Richtung. Die GWT arbeitet vollständig betriebswirtschaftlich. Alle Gewinne, die erarbeitet werden, kommen dann über die gemeinnützige Gesellschaft der Freunde und Förderer, aber auch wieder der TU Dresden zugute, zum Beispiel für Stipendien für hochbegabte Studierende oder Beiträge zu unseren kulturellen Aktivitäten. Wir sehen uns beim nächsten Mal.